Im Anschluss an das Seminar Projektmanagement und Kommunikation kann ich eigentlich nur sagen, ich habe Lust auf mehr. Das Seminar bietet eine sinnvolle Verknüpfung aus Theorie und Praxis. Wir haben Einblicke in verschiedene Projektmanagement-Techniken erhalten und konnten das gleich im Selbsteinsatz überprüfen und durch Selbstreflexion auch verbessern. Dadurch, dass wir viel auf Kamera aufgenommen wurden, hat mir zusätzlich die Möglichkeit, auch von den Trainern angewiesen und auf eigene Fehler hingewiesen zu werden. Und ich sehe mich selber jetzt ganz gut gerüstet, zukünftig selber an solchen Projekten teilzunehmen. Danke.